Ich weiß nicht, was ich gerade gehört habe, aber ich mag es nicht. Oh nein, ich habe gehofft, dass wir sie jetzt nicht treffen würden. Hallo. Du bist ein Spezialist. Achso, egal. Der muss trotzdem weg. Ui, da kommen sie. Oh, eher ein Feuerstoß, oder? Ah, nein, kannst du nicht mehr. Warum trifft er ja nicht, Mann? Was geht denn an? Keine Ahnung. Jetzt wird es hässlich, ne? Nimm die andere Knifte, ja. Zeit für ihre beste Waffe. Mal ein bisschen ernsthaft hier was zu verteilen. Das war nicht so viel Schaden. Ja, das stimmt. Okay, wenigstens beide erstmal angeschossen. Naja, das dürfte nicht reichen. Aber Routdoor kann man hier runter. Wenn er Feuerstoß macht, dann... Oh nein, da geht's doch. Oh ja, dann hat er schlecht. Die kommen alle da lang. Das ist aber witzig. Da könnte ich eigentlich mal was hinwerfen, ne? Ne Granate. Eine Stungranate am besten. Oh, die kommen jetzt alle unten rum. So sieht's aus. Hm. Sehen die dich nicht, oder? Was machen die denn? Wird hässlich jetzt grad. Ja, das kriegst du trotzdem hin. Lass mein Wort mal ab. Ja, ja. Ja, ja. Ja, alles klar. Ja, ja. Du hast immer Angst vor dem Tod. Oh, Cremes. Oh, Cremes. Ja, unter normalen Umständen lege ich die drei Leute um hier. Eine Runde. So, jetzt darfst du da mal... Interrupt. Was ist immer noch Interrupt? Die kommen alle da lang. Ich boch. Warum kommen die nicht oben rum? I don't know, was I just heard, but I don't like it. Oh, Cremes. Alter Schweder. Oh, Cremes. Ja, da würde eine Tränengasgranate sich da ganz gut machen. Jo. Auf jeden Fall. Interrupt. Nein, du musst warten. Die kommen jetzt wahrscheinlich alle. Oh, Cremes. Wollen sie sich erstmal eine Granate schmeißen? Die haben alle keine Masken. Oh, Cremes. Wollen siehst du das? Nein. Ach so, ja. Sieht man nicht. Ja, warum sollten die Masken haben? Keine Gasmaske. Ne. Eine Tränengasgranate rin. Geht Zeit zu speichern. Ich hoffe, sie kriegt die über den Zaun befördert. Wenn nicht, sieht's schlecht aus. Ja. Sehr gut. Die hat gesessen. Die hat echt gesessen. Nach einem Nachwerfen gleich? Meinst du, ich kann alle Leute hier hinter das Haus evakuieren? Das könntest du tun, ja. Aber Schleichen ausmachen am besten. Darn it. Oh. Der Typ ist ein Problem. Ich spreche jetzt mal ab. Das ist zu heikel. Wird jetzt echt heikel. Du musst retten. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Runter mit dir. Do-oh. My gun broke. Oh. Maybe I just need some bullets. Die müsstest du alle hinter das Haus noch kriegen, ja. Du kannst dich aber hinlegen. Ich glaub nicht. Die hat's nicht erwischt da. Nee. Oh, die da unten hat's erwischt. Ja. Traver muss irgendwie weg. Ja, ich... Ja, ich... Jetzt kann er nach hinten raus. Oder er schießt ihn da. Er hat doch ne Pistole. Auf die Range kann man doch auch mit Pistole schießen. Das spart doch AP in den Torso. Das ist Glassplitter Munition. Helmut Wester. Glassplitter Munition muss trotzdem immer als Ziel. Okay, geht doch. Okay, und jetzt weg. Ja. Das hat sich denn den da hinten aber noch. Das Triver hat glaube ich grad nicht die Schussballen bei Rosebud befördert. Das ist echt ein Problem hier. Ich komm da auch nicht... Torso. Ach so, sie hat das G3. Das kostet aber mehr AP. Jetzt gar nicht mal präziser. Krass. Sie muss jetzt retten, ey. Ich glaube er. So, Ayana kann ruhig mal schon mal... ...die Pistole nehmen. Und anlegen. Jetzt ist wirklich die Pistole glaube ich am besten. Die Pistole rettet ihr jetzt den Arsch glaube ich auch, ja. Da ist er und da ist er. Der Interrupt. Da kriegt Ayana den Interrupt. Aber in den Torso. Oder ist der Kopf... Geht der Kopf auch klar? Oh Gott. Sieht ziemlich genau aus. Ja. Die sah dann aber auch nur so aus. Oh Mann. Oh no. Root Dog hat auch noch. Root Dog darf noch. Hat er schon angelegt? Ja ne. Das ist Rosebud. Das ist Rosebud. Root Dog, please. Hat er nicht auch ne Pistole? Er könnte das Ding nehmen. Ja, ja. Einzelschuss. Das braucht 16 AP und das Ding 34. Ja, ja. Einzelschuss auf dem Torso. Ich schieße mir jetzt nicht Ayana an, ey. Das gibt's einfach nicht. Boah. Schwach. Er kann nicht schießen, zum Glück. Aber er hat zwei Treffer gekriegt. Ich hoffe mal nicht, dass er... Was war er? Weiter. War er das gerade? Ne, was du brauchst? Ne, er war das nicht. Das kam von unten. Der hat bestimmt auf Trevor geschossen, ne? Wahrscheinlich, ja. Der Trevor muss ich ganz schön umdrehen lassen, da oben. Spider nochmal. Und nochmal. Das gibt's doch nicht. Rosebud? Ich glaube, ich stehe mal auf und schieße dann. Ja. Nochmal aufstehen. Wahrscheinlich richtig hinstellen damit er... Jetzt geht er zu Hause auch, ja. Ich sehe schon, dass er Spider anschießt. Boah. Sehr schön. Schönes Ding. Uh. That's alright. Der Trevor geht weiter hoch. Und nach unten drehen. Ne. Wir gehen hier richtig hinterher. Guck mal, die Linie. Ich meine nur drehen damit er schießen kann. Ja, aber wer weiß auch was hier noch kommt. Ja, da ist er doch dran. Na gut. Ayana muss das schon klären. Die kommen ja jetzt langsam hoch. Ja, ja. Da und jetzt. Geht der Kopf klar? Ja, hier geht er klar. Zack. Wenn sie nicht genug angeekelt ist. Ja. Ich weiß. Ich werde mich nicht genug angeekelt. Ich weiß. Ich werde mich nicht genug angeekelt. Ich habe was angeekelt. Er hat sich nicht mal hingeguckt. Ja, da ist ein Geräusch. Na ja, er hat das Spritzen gehört. Shut up. I hear something. Oh, my ears are applying tricks on me. Es ist egal. Es ist perfekt. Es ist gut vorbereitet. I don't know what I just heard. But I don't like it. I don't know what I just heard. But I don't like it. I don't know what I just heard. But I don't like it. Ah. Good story. Halt dich für nicht. Sie guckt runter. Ist eigentlich ganz gut bis jetzt. Bis jetzt sieht's gut aus, ja. Ach. Vielleicht kannst du bei dir machen. Ach, das Tränengas haben wir jetzt vergessen. Die stellen ja noch alle im Tränengas. Vielleicht liegen die da alle drin. Ja, ich glaub schon. Guck, speichern mal. Oh no. Ah. Ich hab sogar Kritiker. Ich hab einen guten Schaden gekriegt. Ja. Was hat er denn? Hm. Es reicht ja ein Tor so schnell. Ah. I killed somebody. Aber die müssen durch die Granate unten ja ordentlich gehen. Oh, mein Ehr ist ein Träger auf mich. Ich bin sicher, dass ich nur etwas gehört habe. Ach, die Leute mit ihren... Extended ears? Ja. Ich denke, wir haben alle. Tja, die Ratzen sind alle ganz schön weg durch das Tränengas, ne? Ja, das ist der... Ich glaub der Wurf war vorhin... Gut. Dann gehen wir mit Ayana mal gucken. Kannst du ja mal speichern. Hm. Ich würd sagen noch kurz warten. Ja, das Gas ist jetzt weg. Die stehen irgendwann wieder auf. Ja, sollen sie doch kommen. Hörst du denn noch schreien? Ja, das ist normal. Das klingt immer so. So. Da stirbt bestimmt gerade einer. Ich geh jetzt mal vor. Warte mal, hat sie ne Granate? Bitte sag mir, sie hat ne Granate. Fail. Sie hat keiner. Ja, dann kannst du ja laden und ihr noch schnell eine geben. Am besten Stun Grenade. Das gibt's doch nicht. Ach. Warum kommt die nicht? Keine Ahnung. Jetzt kommen sie. Scheiße. Hat sie keine AP. Das hat sie wieder AP. Jetzt wartet sie einfach. Ich habe sie acht Freunde. Ich krieg hinten Drive. Jetzt. Guck guck. Und? Kopf. Was ich glaube nicht, das sind noch nicht mal die Söldner, die hier im Sektor normal sind, Sondern das sind die Reinforcements vom Allerlof. Die sind nämlich von unten gekommen. Achso. Und dann hier so hoch gerannt. Könnte sein, ja. Wieso SKS? Warum schieße ich den mit Hause? Merveilleux. Merde. Oh, noch ein Spezialist. Der hat die Waffe aufgehoben. Ja. Was für ein Penner, ey. Wir? Wir? Sigmach? Hm, kannst du mal reinladen noch. AP. Armour Piercing. Ja, das ist die, die du gerade geladen hast. Aber ein Kopf diesmal. Ja, die sind auch angeschossen. Ich denke ich, ein Einschuss reicht, aber... Sieht nicht so aus. Ich habe jemanden gekliffet. Wir? Ja, wenn es grün wird, dann ist doch eigentlich mal ein garantierter Treffer, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Den hat sie zerlegt. Glatter Durchschuss. Jetzt habe ich noch vier Leute erschossen. Drei. Jetzt, der kriegt den Kopf. AK-105. Naja, die AKs sind alle nicht so gut. Na, Fröhnchen? Ich habe jemanden zu töten. Wir? Schau da! Schau da! Was ist das, ich sehe? Wie sein Wagen da eiskalt geparkt ist? Es gibt andere Maps da, ähm... Zerschießen sie den Behang, ne? Ja. In dem Gewächshaus da sind sicherlich noch ein paar drin. Meinst du die Groner Weed? Klar. Guckst du noch an? Ja. Das ist... Time to up my stats. Hm. Hm... Nee, du doch, du nicht. Lass mal Mama. Mami sieht aber nichts. Ich glaube, der steht da standardmäßig. Hey, what do you need? Warum stehende Leute ist Ayana? Oh, Hallöchen. Ein bisschen bewegt hat er sich anscheinend. Ne, jetzt rumgetreten. Schau mal könnte auch mal... Feuer. Hm. Ein bisschen kaputtes Glas. Oh, der könnte zurückknallen. Er raffst halt nicht, weil er nicht weiß, wo Trevor ist. Na, dann mal los Trevor. Er hat es jetzt geschafft, zwei Fenster zu zerschießen. Das war's aber auch dann. Er hat's geschafft, mich zu enttäuschen. Die Sau. Wir fliegen Kugeln um die Ohren. Ich seh den Gegner nicht alles in Butter. Ich glaub mal hin und her. Das war's, ich bin tot. Wee. Das war Abpraller. Ich frag mich immer, was ist, was ist, wenn ein Söltner ein, ein Health verliert? Hab ich ihm denn eine Fingerkuppe abgeschossen, oder? Äh, äh. Ich, ne, ich glaub dann ist jetzt die Hugel einfach und an ihm abprallt, hat ein bisschen Aua gemacht. Ein bisschen wegetan. Ja. Und wenn du das ungefähr hundertmal machst, dann hast du ihn halt totgeschlagen. Naja. Ich meinste so, ja. Wir arbeiten dran. Das ist jetzt schon das bestimmt vierte Fenster, das er kaputt gemacht hat. Tja. Yes. Der örtliche Glaser freut sich. Wer im Glashaus sitzt, sollte im Keller klacken. Minus drei. Oh, dann die Abpraller werden härter. Wow. Todeskugeln. Das kann doch nicht wahr sein. Wir slappen den echt down. Oh, er hat grad Zombie-Modus angehabt. Hast du das gesagt? Da ist er, hier. Jetzt muss er sich nur noch bewegen, aber jetzt ist er kritikal. Jetzt wird er eh bald irgendwann umkriegen. Yes. Warte einfach. Warum denn Munitionsverschwendung? Von der Munitionsabschule? Ohhhh. Gebt doch, Freundchen. Ja. Ja. Ja, das war das Drogenlabor hier, ne? Ja. 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 Du kannst sicher sein, dass Krim Evans zu weit entfernt ist. Ziemlich treu. Treue Geschichte, Bruder. Treue Geschichte, Bruder. So, Freunde, wo seid ihr? Ja, kannst du gleich mal durchgehen hier. Oh, nein. Oh, wunderbar. Schleichen nicht weiter an. Schön schleichen. Der dreht sich ja um, ich sag's ja. Ach, Quatsch. Der weiß das doch gar nicht. Wie? Na? Ah. Wer wäre hier? Wie? 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 Da sieht ein langes Gewächs aus. Meinst du, die wird doch voll stoned, wenn sie hier durch ist? Alter, es geht voll ab, oder? Ich glaub, sie kauft sich eine Topfpflanze und nennt sie Renée. Eine Riesen-Zeile, Mann. Das ist von Cheescape. Wenn du die Vorlage bringst, kannst du nicht auch noch den Ritz bringen? Oh, nein. Ich habe es gehofft, dass wir sie jetzt nicht treffen würden. Haben die Deutschen schon mal gemacht. Hat nicht funktioniert. Guck mal, wie wir das machen. Ja, na, das dauert halt. Die muss ich erst warm schießen. Die kann ich so wenigstens mal so ein aus dem kalten Lauf drücken. Der wollte erstmal gucken gehen, was los ist und fällt sich jetzt auch noch ein. Ja, Endjacket Alliance NPC ist von Natur aus neugierig. Was war das da hinten? Ich sollte meinen sicheren Wachposten verlassen. Sie wurde einmal angeschossen, schon verteilt keine Headshots mehr oder was? Was ist denn da los? Ja. Du weißt ja nicht, was das für ein Schaden bei ihr ist. Ob da ein Stück vom Auge fehlen oder so. Ja. Oh nein. Ich habe es gehofft, dass wir sie jetzt nicht treffen würden. Eine beschissene Waffe zu tragen ist so dein Freifahrtschein, nicht verprügelt zu werden, oder? Ja. Ja. In dem Sinne werden NPCs, die scheiß Waffen tragen, humaner behandelt als die, die gute Waffen tragen. Ja. Na, die gute Waffen tragen, die kriegen vorher ordentlich auf Fresse. So. Jetzt sagt Mutti. Mutti darf erst mal ein Tor so. Meinst du Mutti schießt jetzt mal? Nein, nein. Ich nehme das. Wieso damit? Ich bin nicht sehr confident über diesen Schaden. Ja. Damit habe ich nur noch 5 Schuss. Ja, aber kaufst du bei Bobby Race was Neues. Was ist das? Ich bin aber nicht mehr in Kalisto, das ist das Problem. Du musst das erst nachschippern lassen. Ja, dann kannst du mit dem Auto fahren. Wir machen irgendwann nochmal eine Bobbys Bestellung. Aber ich glaube, ich würde mir vorher... Aber nicht wieder eine große, sonst fällt das Flugzeug wieder irgendwo im Gebirge runter. Nur die AWM. Da gibt es eine lustige Anekdote dazu. Wir haben mal für 35.000 Dollar in diesem Spiel Munition, Waffen und Kram bei Bobby Race gekauft. Haben uns zwei Tage gewundert, warum der Overnight nicht da war. Und dann hat sich herausgestellt, das Flugzeug ist irgendwo im Gebirge abgestürzt und hat die ganze Ladung verloren. Und nein, falls einige schreien, wir haben Pablo vorher schon erschossen. Also der, der klaut. Ja. Das war jetzt keine gute Idee. Wenn du noch näher herangehst, kannst du ihm ein Messer ins Gesicht stecken. Ja, aber er hat... Guck mal, wie er Wallhack hat und die ganze Zeit versucht, dich zu danken. Ja, das muss reichen. Angepirscht. Abgeschossen. Another down. Ja? Du kannst wenigstens dich mal freuen, du alte und dankbare Mutter. Ja? Dann hättest du ihr eine mehr motivierendere Stimme geben müssen. Eine Z-O-M-G-Hydalt. Ne, ich wollte... Es scheint etwas zu sein, ja. Nicht so wie Yana, das reicht. Ich will jemanden. Aber Yana haben sie für Urban Chaos extra nachsynchronisiert, ja? Ja, ja, das klingt auch so, ja. Dude, ist revoltig. Mach mal Tür auf. Verdammt! Ja. 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 Wo sind jetzt noch die lastigen Gegner? Die macht die Tür inside it auf. Ja. Ja. Ja, Yana ist super sneak. Bitch. Ich mein, sie trägt auch nur Sneakers? So. Da guckst du auch in die Halle da rein, hier in das Gebäude, da wo Private dran steht. Da wird sicherlich noch was drin sein. Trevor aufmachen lassen? Ja, der Sektor ist nicht so überkompliziert. Der ist schon cool gemacht eigentlich. Und jetzt auch noch. Ja, und das ist das. Wurde grad sagen, da ist sicherlich auch ne Ohrwart. Bei den FPS-Zahlen ziehen oben gute Streifen. Hm. Das gibt's nur in meinen Videos. Hm. Trevor ist ja mittlerweile auch schon da bedienen. Das ist schon ganz schön kraft. Yeah, der V! Hey, Trevor muss mal den langen Gang lang gehen, weil die Tür da hinten erst aufgeht. Oh, was ist denn das, Mann, wo es lautet? Da drin. Ja, das ist damit du, hinten müsste eigentlich einer mit nem Raketen mehr verstehen. Komm mal mit, crazy bitch. Yeah, der V! Was ist denn das? Sind alles Kühlschränke? Naja, steht auch ne Frau da. Hm. Oh. Eigentlich könnte ich zu der Musik auch nen Porno zeigen. Das ist durchaus wahr. Beautiful. Beautiful. Look, look. So, was hast du denn hier in den Schränken? You really wanna know? Nothing. Nothing. Hm. Okay, die Kohle. Yeah. Got it. 200. Ich weiß nicht, ich brauch noch Schutzgelderpressen. Was machst du? Schutzgelderpressen. Brauchst du nicht, du klausst ja heute neuer alles. Hm. Guck mal, da hinten ist ein, ähm, kann man hier Sachen hinliefern lassen? Guck mal, da steht Shipments. Könnte sein, ja. Dann könnten wir natürlich mal was bestellen, während ich hier Milizen ausbilde und so. Ja, Troy Airport könnte ja sein, aber wahrscheinlich musst du die Stadt erst befreien. Da sind wir ja dabei. Ziemlich treu. Tolle Geschichte, Bruder. Ich glaub ich hau mir gleich mal mein... ...sheet an. Ach, das brauchst du nicht machen dann. Ich glaub Rude Dog hat deinen gefunden. Ja, Rude Dog, dann kannst du ja jetzt auch mal... Hier mit der Sniper nicht vielleicht? Ähhh... Komm ich ja hier czy... Ich kann schmuf under die Wand. Wie er... Jetzt kommt er angelaufen sichst. Jetzt krieg Pfidor oder Captain Beowulf im Interrupt. Pass auf, jetzt wird's lustig. Hey, was hast duoten? Komm mal ran,σεerosmith. Kannst du mit ihm hier... Nein, er kann, die können nicht Platz tauschen. Ich habe etwas gehört. Ich habe etwas gehört. Dieses lustige Spiel. Kleiner Mann, großer Mann. Äh, ja. Jemand wird die restlichen Feindler finden, damit sie nicht mehr für mich gefährlich sein werden. Ja. Hör auf. Ich höre etwas. Ich habe etwas gehört. Oh, Neil. Ich habe es gehofft, dass wir sie jetzt nicht treffen würden. Ja? Und jetzt geht er. Oh, ist tot, oder? Ne, doch nicht. Klauen. Ach, der hat doch nichts. Er haut wirklich mit... Oh, das ist allright. Er haut mit... Mit 55... Mit 56 haut er zu. Mit einem Schlagkrieg. Das erinnert mich an den U-Bahn-Fight. Äh, ja. Das hat er schon drauf. Musst du ihm lassen. Naja, er hat 99 Stärke. He packs the boxes, staples the boxes. Blutdog fährt was zum Besten. He's pretty good at sharpening tools. We've got trouble. Ja, sauber. Ja, Mom, kann Mom mal einen reinhauen? Mal mal hinkucken. SMG. Hat einen Humantod verdient. War das Kopf? Ne. Cool. Ja, irgendwie, ne? Ne, das war nicht Kopf, das würde da stehen. Wir? Hoffentlich. Niemand wird die restlichen Anzeigen. Denn sie wird mir nicht mehr gefährlich sein. Äh, ja. Schau da! Schau! Wichtig. Ich denke, es hält sich gefährlich. Guck mal her, Trevor. Ein Fall... Ein Fall für den vortrefflichen Trevor. Oh, jetzt kann er auf einmal rennen. Ja, wenn du Stave nicht anhörst. Ähm. Bist du dämlich? Da steht Trap Door und du machst das Ding einfach auf. Uff. Ja, das war ein kleiner... Ein kleiner Brain Lag von mir. Mhm. Ein kleiner. Was ist das, ich sehe? Das wäre ein kleiner Brain Lag von mir. Was ist das, ich sehe? Ja, gleich mal Trevor und... Ich saue euch schnell. Was war das? Na, Trevor wird noch 700 Meter laufen. Ah, mate. Das wäre ein richtig Spaß. Jo, dann entschärfen wir, Freundchen. Nicht aufmachen, denke ich. Oh Mann. Oh Mann. Ja, das war gerade... Das war... Es ist gut, dass es die Ladefunktion gibt. Im Iron Man Modus hättest du dich glaube ich gerade, äh... Krämpfer. Krämpfer. Ui, sie kriegen Interrupt. Ich glaube, ich darf sowieso noch mal an. Oh, Wurfmesser. Boah, Wurfmesser. Und Series Siphan. Hab ich aber auch noch nicht gesehen. Ja, das hat gesessen, würde ich sagen. Boah, gut, ja. Trevor hat vor allem eigentlich auch gar nicht so schlecht gesehen. Ah, mate. Ausrüstung. BLV. Aber jetzt kommt wieder die klassische... Wie hebelt man Interrupts aus vom Gegner? BLV. Ach, die Musik, ey. Schmeiß ich gleich, äh, was rein? Tränengas? Do you remember long ago? Warte mal kurz. Okay. Zurück mit anderer Musik. Das war nötig. Das klang gerade wirklich etwas, ähm... Ey, pass auf, jetzt machen wir... Hm. Oh nein! Ach, jetzt kommt sie schon ran hier. Ach, jetzt kommt sie schon ran hier. Guck mal, ja, dann krieg ich einen Interrupt. Oh! Obwohl sie vor der Tür liegt, wie ein Bettvorleger. Dann muss ich die jetzt auch mal verprügeln, ey. Nein. Ihr macht den doch. Das war aber nicht der Kopf. Kopfschuss, Freundchen. Ah, keine Sorgen. Arlemme, Flamin's guns jammed tight in a fish's ass. Stupid Jesus, like a c***'s wallet. Ach, Trevor. So. Wenn er flamend ist, er will uns... Ist schon alles los. Was? Ja, Rüstung und so. Kein Schaden. Zeit für die AP-Munition aus der Pistole. In den Kopf aber bitte. Du liegst vor ihm, du sollst ihm nicht die Eierschau kriegen. Ich habe jemanden geklärt. Der nächste kommt. Der nächste kommt. Der nächste kommt. Na dann komm mal. Merde! Ah, Yana noch einen Schuss? Ne, kann sie nicht. Ja, Mann. Zeit für Feuerstoß. Die haben alle gesessen. Er hat sich gerade eine Runde gedreht. Cool. So, das war's. Beruski time. Beruski time. Es wird Zeit für, äh, mal angucken, was auf der Karte so rumliegt. Ich glaube auch. Was haben wir denn alles? So. Hier ist ein Smoke grenade. Got it! Ein Brechlicht. Krepergen. Krepergen. Krepergen? Hier oben im Schrank drin. The big greenhouses here are owned by the Crepeton Corporation. Got it! Ja, dann weiß ich was was ich machen muss. Ja, aber die Frage ist immer noch. Was bringt Kreperton? Kann man Kreperton zu Creper gehen? Maybe. Brauchst du vielleicht einen Inhalator oder eine Spritze oder so? Muss mal Venue lesen. Got it! Got it! Tja, sonst sieht hier... Kann man hier die Leute für sich arbeiten lassen oder kann man hier arbeiten? Noch nicht, sicherlich. Man kann hier mit niemandem quatschen. Hier oben ist ein Medibag. Ist auch immer ganz gut. Soll dich vielleicht mitnehmen? Ja, sonst ist ja nicht viel. Ziemlich und spektakulärer Sektor, aber hat mir trotzdem gefallen. Ist besser als so ein übelst vollgestellter... Was ist denn das hier? Sprayer? Was? Die lag da aber einfach drin jetzt, ja? Ja, ja. Ja, ja. Dann kannst du denn... Das ist halt für die... Und so. Hier. Pumpspray, Herbizide und so. Vor allem, was können wir damit anfangen? Kreperton rein. Ja, genau. Tja, genau. Ich bin eigentlich nix. Dann musst du auf jeden Fall mal die Waffen reparieren und entgermen langsam. Ja, das mach ich, nachdem ich die Shirt eingebaut habe. Ja, das liegt mittendrin. zehund. Ich bin eigentlich nix. Jetzt wird auf jeden Falle.